So, auf der Spezialkouch im Mutterschiff sitze ich jetzt neben dem Thomas von Massive Art. Ich darf den Thomas duzen, weil er tatsächlich schon an mehreren Hackathons teilgenommen hat. Ist das richtig? Das ist korrekt. Und zwar an allen, wie ihr gehört habt. Und meine Frage ist jetzt, wie war das bei dir beim Hackathon und warum warst du denn überhaupt schon dabei? Das ist eine gute Frage. Also der allererste Hackathon war ja noch im Campus, wo er relativ klein war und alles sehr kompakt und ist eine Initiative von Johannes gewesen. Und man kennt sich einfach und darum haben wir teilgenommen und dann halt jedes Mal größer und spannender und interessanter und ich bin gespannt, was hier auf dem Schiff passiert. Ja, ihr habt schon am Anfang gesehen Thomas von Massive Art. Was hat jetzt Massive Art mit dem Hackathon zu tun? Massive Art ist eine digitale Agentur im Vorarlberg und versucht natürlich den, wenn digitale Projekte oder Initiativen sind, die auch zum unterstützen, weil ja der Nachwuchs ist eher beschränkt oder sehr umkämpft, sage ich jetzt einmal. Und wir finden es wichtig, dass wir bei solchen Aktionen da mit dabei sind und ein Teil davon sind. Wir haben selber da bei uns beim Massive Art einen Innovation Day oder einen Innovationstag und das ist eigentlich so ähnlich beim Hackathon. Also man probiert vieles aus und probiert neue Technologien aus und mittlerweile haben viele der Technologie, die wir dort ausprobiert haben, wirklich schon in Alltag bei uns gefunden. Also das ist schon ein spannender Platz, um Innovation voranzutreiben. Nicht nur beim Hackathon sollte man das glaube ich machen, das sollte man generell öfters machen in Unternehmen, weil neben dem Alltag halt oft keine Zeit bleibt für sowas. Aber gerade der Hackathon ist ein wichtiger Punkt für uns, um einfach Dinge auszuprobieren auf einer Spielwiese und schauen, was man denn mit in den Alltag nicht kann. Wir haben ja mit dem Thomas die große Chance, schon fast schon Veteranen des Hackathons, bei uns auf der Couch zum Herd, da kann ich es mir nicht niederlassen und fragen, gibt es Voraussetzungen, dass man überhaupt mitmachen kann? Gibt es irgendetwas, das man kündigen muss? Spaß haben und dabei ist es, ich glaube alles, vielleicht ein Computerschalter wäre von Vorteil, aber hauptsache Basteln irgendwas, Hacken zum Basteln und ja, Spaß haben. Spaß. Ja, wir freuen uns sehr auf Messefahrt und auf hoffentlich der Thomas, wer weiß, beim Hackathon Oma Hüsler Hackathon 2018 und sind gespannt, was da passiert. So ist es.